Wir haben einen riesengroßen Wunsch und wir müssen erraten, was das ist. Da Feder rein. Da gibt es Schränke und da gibt es Töpfe, ganz viele. Das ist dick. Immer. Was macht sie da? Mein Papa hat so einen Pfannkuchen. Das gibt es unsere Mama. Oma kocht uns zusammen. Ein Teller. Ein Pfanne. Ein Teller. Und noch Besteck. Stühle. Da gibt es Tisch. Da gibt es so etwas, wo man Besteck reintut. Ja, und dann gibt es noch. Mach mir doch mal was haben. Nein, das ist gut. Und dann gibt es noch Heimlich. Ja, und dann gibt es noch... Waschleiter. Da gibt es einen Ofen. Ja, und eine Waschbecken. Und... 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 Da gibt es andere Stränke. Ja, und... 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 Da kann man was... Und das sind hier, wo man was kaufen kann. Und... Und da gibt es einen Ofen. Ein Ofen. Und... Und... Zweimal Ofen. Dann bekommen wir zweimal einen Ofen. Und da gibt es... Da gibt es noch ein paar Teller. Und da gibt es noches. Da gibt es noch ein paar sodium die Mäste. Ich bin ja, du? Weiß ich es nicht. Da kann man Kaffee und noch Küche kochen und Sofa. Und dann kann man dann essen und dann kann man noch ähm... Fällt dir auch was ein? Was gibt es denn da alles? Meine Mama kocht. Meine Mama kocht. Ähm, auch manchmal eine Mama kocht. Meine Mama kocht es okay? Tschüss! Tschüss! Habt ihr es erraten? Nein! Meine Küche habe ich... Äh, hier ist der Zug kaputt. Darum braucht man eine neue Küche. Hier ist der Zug kaputt. Hier ist der Zug kaputt. Der Bier ist kaputt und der Sabine muss ich immer so backen beim Abspülen. Und das ist das Video von uns. ein bisschen drüben. Wie the hell ist der Zug? Das ist ein bisschen drüben Ich bin's von DuDelect. Ich bin's von DuDelect. Und du Hüter ist gerend. Ich bin's von DuDelect.